hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge auf meinem kanal und zwar leute endlich gibt es ein kleines upgrade und zwar habe ich mir ein neues boot geholt ich befinde mich gerade und zwar bei der bootscheune berlin in einem wirklich cooler store wo man geile aluboote sich kaufen kann ich werde euch jetzt mal kurz hier zeigen was es hier so schönes gibt und dann könnt ihr sehen was ich mir gegönnt habe so 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 mv modell leider werden die mv modelle von alumakraft nicht mehr hergestellt da haben zwei werke in amerika geschlossen also das ist hier eins der letzten seiner art mega happy länge beträgt 4 meter 30 1 60 breit ist ein langschaft modell kategorie d ist es also ist jetzt kein boot was jetzt für extrem rauwasser gemacht ist sondern genau auf meine angelei abgepasst ich will ins flachwasser fahren wirklich halt ein bisschen flacher fischen oder halt auch einfach vernünftig fischen entstehen dass ich unterhandwürfe machen kann pitchen ich habe keine hohe bordwand wo ich immer gegen komme mit irgendwelchen ködern was ich hier machen werde in der schonzeit oder was ich vorhabe ist ich will dieses boot ausbauen deswegen ist es ja wirklich nur die schale ich werde die casting plattform verlängern ich werde ein livewell bauen ja halt alle solche sachen ja erstmal wenn wir jetzt das boot zu mir zum steg bringen dann wird es angemeldet dann kommt erst mal der motor an ein paar probefahrten gemacht bis zum winter und dann kommt es wieder raus und dann geht es los und dann wird dieses videoprojekt starten ich freue mich drauf und ich hoffe ihr freut euch auch drauf ein bisschen was anderes zum angeln wer fragen hat zu john boten dann schaut auf jeden fall mal auf der internetseite bootscheune berlin vorbei checkt die seite aus und wer fragen hat einfach dort mal anrufen hier gibt es natürlich auch noch andere alu boote da seid ihr auf jeden fall an der richtigen internetse ich bin jetzt erstmal raus leute bis zum nächsten mal euer tekkenerd peace